Leute, herzlich willkommen zu einer X-XL-Mega-Rampe. Mit dabei sind Rusek, Stadi, Blackjack, Rente und Enrico Italia und meine Wenigkeit, Freunde. Und wir werden um 250 Euro pro Person Einsatz spielen. Ich bin gespannt, wie das Ganze abgehen wird. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, Leute. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt rein in die Rampi-Ramp. Let's go! Okay, Jungs? Boah, ich hab das Gefühl, heute werde ich mal wieder gewinnen. Mal wieder? Nee. Das glaube ich nicht, Bro. Dann hast du mal gewonnen. Let's go! Ist das überhaupt mal passiert, Bro? Nee, ich werde auf jeden Fall auf Rusek gehen. Ich werde auch auf Rusek. Nee, 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 ich gehe nicht auf Rusek. Ich gehe auf Armin. Wieso? Was hab ich dir getan jetzt? Ja, du hast vielleicht mal richtig weggaunt, ey. Direkt erster. Okay, okay. Ich glaube, das ist voll das Griff-Auto. Du kannst das sein. Ja, ja, das ist brutal. Okay, Rostak, lass sein. Die Wenden gehen hierher auf uns. Oh, Junge, was? Was passiert dir? Oh, was ist mit der Rampi, Bro? Junge! Oh, mein Gott! Bro. Bro. Das ist voll die geile Rampe. Oh, mein Gott. Nein. Oh, ha. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bro. Junge! Nein! Oh, ich bin runtergefallen. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich halte mich, ich halte mich. Bro, als ob er mir noch drauf ist. Oh, mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nein. Mit Armin. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Große Tag auch. Große Tag auch. Oh, mein Gott. Nein. Aber das ist eine geile Rampe, muss ich mal diesmal sagen. Das ist echt eine geile Rampe. Sind alle Autos the Drifty? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber hier kannst du halt extrem krass trollen, ne? Ja, das stimmt. Da muss ich hin. Wer ist der Erste? Junge, lasst uns in Ruhe. Wir wollen nur hier runterfahren. Ich lass euch in Ruhe, Jungs. Ich lass euch in Ruhe. Danke, Jungs. Hey, wir haben dich gemacht, Jungs. Anni hat euch auf jeden Fall in Ruhe gelassen, würd ich so sagen. Boah, geschafft. Russack hat euch angegriffen, müsst ihr euch aufpassen. Ja, da muss ich euch aufpassen, hast du recht. Ich hab niemanden angegriffen und Stani lügt wieder um sich selbst. Das ist ja toll, dass Stani alle angegriffen hat. Respawn oder nicht? Ne, im Fall so ohne Ries fahren. Ich lass das gesehen, Abi, was ich mach heute weg? Achso. Ja, ich bin gespawnt, wenn ich runtergefahren bin. Bitte nicht, bitte nicht. Achso, das Ente. Ja, okay, Ente. Ich hab nichts gemacht, Ente. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, du fliegt dann auch das Auto. Ja, wer war das? Alter, let's go. Aber ich flieg noch gut, ich flieg noch gut. Nein, okay, Enrico, ich werde jetzt auf dich gehen. Hören wir nicht. Ich hab dich grad gerettet. Oh mein Gott, ich hab dich grad gerettet. Nein, nein, bitte nicht. Warum das Blutzer kommt? Bitte lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ehrenloser Bro. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott. Egal wie viel ich da gerade gerettet habe. Haha, wie spiel jetzt Minecraft? Ente, warum, warum, warum? Nein, nein. Oh, komm, lad nicht so lang. Ey, das ist... Also die Rampe ist echt schwierig, ne? Die ist geil. Also was ganz anders. Ey, ich find die geil. Bro, die ist tricky, die ist tricky. Das Ding ist, du kannst ja auch von der Sabotage gar nicht weglaufen, ne? Du kannst dich nicht verstecken, du kannst machen, was du willst. Du kannst keine Kakerlake machen, heute. Ne, ne, ne. Also der B-Vater tut mir leid. King King Crymax ist die richtige Ding. Ja, der ist da vor mir. Aber man darf nicht, man darf nicht lenken. Sag ich, dass die Meter nicht lenken. Ja, ich glaube auch, einfach nur Gas geben. Ja, einfach nur runterfahren. Weil dann ist er so schnell, Digga. Irgendwie Bus, Zug, Gesellschaft? Ja, okay. Oh nein. Let's go, Junge! Bro, einfach nur Gas geben. Das ist so easy eigentlich, hä? Ja, ja, easy. Ja, man dürft nur gerade runterfahren. Ja, 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 easy. Ja, ja, easy. Nur gerade runter. Ja, das ist doch easy, Rostag. Wo bist du denn? Ich bin unten. Oh, du bist zweiter. Ente, es tut mir leid. Nein, 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 nein! Oh nein, ich rette. Oh mein Gott, ich hab' ich gefangen! Let's gooo! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du darfst nur ganz leicht lenken. Das ist die Meter. Das ist natürlich die Meter. Krass. Also ich hab' bei diesem Truck gar nicht gelenkt. Einfach nur Gas geben die ganze Zeit. Nee, ich muss so ein bisschen korrigieren. Ente, wie geht's dir? Mir geht's gar nicht gut. Warum? Was passiert? Ente ist mal wieder letzter. Oh, es tut mir leid, Ente. Mann, ich war so lange erst, bis Enrico kam. Ja! Enrico ist also, ich werde auch auf Enrico gehen. Hä, wieso? Da kommt der doch gerade her. Nein, wieso? Nein! Ey, Rostig! Es tut mir doch so Leid! Hi jetzt, Ente Rico! Oah! Oah, Blackjack. Ja! Ja! Schick'n Füs! Nein! Die waren alle drei! Ich war das! Ich war das! Das war drin. Enrico, wie warst du die jetzt auf mich? Du hast Blackjack, mich und Enrico, Glattis, Bro! Ja! Ich wollte eigentlich nur Enrico sabotieren! Heee! Alle sabotieren! Ah, Lord! Nein! Da muss hier genau anders rum fliegen! schloss war hat ein jackpot gewesen niemals okay jetzt wieder meine taktik oder der hilmann fliegt direkt oh mein gott ist das auto schnell jedes auto fährt aber anders hier runter ja der porsche ist echt nicht geil nein 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 das nächste fahrzeug wird ekelhaft das nächste fahrzeug wird ich habe mich so krass gefangen nach hinten habe ich gefangen wer ist ein erster amir der organischen des erster ich will nicht sagen jungs aber das gleiche als fahrzeug kommt das wollt ihr nicht sehen ich bin jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt aber ich muss ich mein flugzeug kommt ich glaube ich habe mir auch gemacht oh mein gott oh mein gott Er ist gut geflogen, er ist gut geflogen. Bro, was darf er denn, Rieke? Ich bin mit dem Flugzeug und muss die gerade drehen. Oh, perfekt, ich bin runtergefallen. Ich bin mit dem Flugzeug so reingeflogen, bis ich so über alle Berge fliege. Ich auch, ich auch. First try, Leute, let's go. Ja, Mann, ich hab's auch geschafft, bin hinter dir, let's go. Hey, der fährt nicht mehr. Ja, der fährt auch nicht mehr, hä? Hä? Nein, der ist extrem langsam eigentlich. Wir sind so langsam, oh mein Gott. Oh nein, Bro. Hey, Jungs, ich sag euch ehrlich, wenn wir jetzt Arne sabotieren gleich, dann rastet er aus. Jungs, es reicht doch, bitte. Arne ist direkt hinter uns, Enrico. Hey, Jungs, bitte. Willst du die weghaun, Bro, willst du weghaun? Oh mein Gott, Bro. Die las ich nie wieder ein, die lade ich nie wieder ein. Bro, lass die weghaun, Bro, bitte, das hat so lange gedauert hier. Warte, bist du? Ja, 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 Stunny, ja, 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 ja. Ich bin raus. Dünger Stunny! Oh mein Gott, ich schwöre dir, ich schwöre dir auf alles, diese Rampe wirst du nicht beenden. Diese Rampe wirst du nicht beenden. Ich bleib nur noch im Flugzeug, ich bleib nur noch im Flugzeug. Rosak, Rosak. Hörst du mich, Rosak? Hörst du mich? Du wirst gewinnen. aber du bist leider zu schlecht ich möchte mich wirklich mit diesem flug durch ich muss sagen die leute haben recht gehabt mit stanz macht keinen spaß mehr oh mein gott der stanz hat das extra gemacht damit er mich voll ist ich weiß nicht wie mit dem ding herunter kommen soll lenken aber was ich mit mir nicht mit mir nicht krank das alles ich bin übelst nah an den jungs dran also du bist übelst nah an der ersten ich sagte nur hier vorne ist es sehr einsam ja stand hier ist noch sehr weit ich muss eine lieferung ausführer ich hatte ja ich hatte aufgesehen ein kleister controller ist das ich habe mich ich habe es noch gesehen ich sagte ehrlich das ist mein controller das ist ich muss kurz was umstellen wahrscheinlich durch durch mich auch wenn ich meine r1 drücke dann ja das geht leider nicht ja okay okay das muss fairplay sein er fliegt mir gerade und das ist ein das bin ich gar nicht müssen wir müssen langsam ein bisschen weitermachen ist egal den lasse ich ente lasse ich ja ente ist ehre man den muss man nein 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 ich bin stärker als du das ist krass der ist echt stark er kommt man nicht mal er kann was machen eigentlich von easy wenn man weiß wie ich habe einfach gerade eben nur vollgas geben ohne probleme ja wenn wir sind wir schon 50 runden weiter egal blackjack du bist wirklich der größte dreck nenne ich um im blick 92 junge alpha blacktrick 93 so jungs bin wieder im ziel let's go oh mein gott oh mein gott ja versucht versucht vielleicht bitte nicht ich schau es gerade nicht bitte bitte ja man ja man let's go das schafft man das ding ist zu krass ja ich war ganz im flugzeug wir müssen auf stange gehen es ist auch richtig so heute ist wirklich leider eskalation und egal dann schiebt mich an alles gut bleibt hinter mir alles gut ich hau die alle weg blackjack wir haben auch in einem windschatten ja gehen wir windschatten so bist du ein bisschen schneller also mich bitte nicht ja sehr schön blackjack wir machen gut bitte nicht ja sehr schön aber da gehe ich und tschüss blackjack nein ich bin noch da ich bin noch da ich bin noch da und tschüss russik das passt ich wollte vorbei aber irgendein flugzeug du wartest gar nicht vorbei du wolltest nicht weg und du ekliger nein wieso soll ich wieder weg und ich habe nicht ich komme da nicht durch ich glaube dir kein meter alter ich komme da nicht durch oh mein gott ich bin mit dem elke wäre einfach komplett über die ganze rampe gejumpt oh was diga und hier gelandet oh was ich habe nicht ein auto bekommen Junge haut weg haut weg tschüss 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 blackjack tschüss blackjack ey ente du bist letzter killst du irgendwelche leute wie schlecht ha 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 bitte jaaa zur seite mit dir enrico heute nix nur er ist immer noch hinten ist mir egal ich habe ihn mit dem großen dick ganz unten noch runter geschmissen mit dem Flugzeug tschüss 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 nein ein nein nein ne9 nein 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 den garalten also der jungen es kommt davon alter ich bin niemals иж kann niemals tschüss ich habe einfach zweimal schon runtergauen wo es ganz knapp war ja klar das auto ist ekelhaftiger muss ich sagen ich habe mich abgesehen leute ich werde dir so ist und diese russig soll ich dir was sagen dass man auch so kaputt gemacht hat sogar im ersten gang fährt es ist unmöglich mit dem auto noch einmal getroffen wo ich weg ja er ist runtergefallen der stanni das wirklich ich habe es gesehen aber es war mir irgendwie klar ich habe das gefühl nur ich und stand die von die ganzen autos runter alle anderen pränken die treue alle nur um das ding ist halt mit dem auto sich habe wenn du einmal längst bist du runter gefällt ja oh mein gott was das zu riesen ding also damit kannst du gar nicht lenken damit muss einfach nur gerade ausfahren ja das ist so dumm ich fahr noch runter bro oh mein gott oh mein gott was ist das denn jetzt was hast du für ein auto russig wo bist du gerade ich hätte es wie der stanni oder der gabelstab lander den lasse ich mal war ihre blackjack ehre aber das ist nein das ist er ja ja ne aber ja 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 auch egal wo ich halte hier das ist es erst dream ich kann meine rechte auf mich gegangen alle schon wieder eine rampe nicht gewonnen ja das ist das ziel ja das ist das ziel du kleiner ekliger nein nein wie komme ich jetzt Ich bin doch nicht mit dir! Nein Ente, du Hund! Was hat der da? Ente, Junge. Legt in den Rulatopieps ein bisschen. Wie clean war das? Boah, sauber! Ich konnte sogar noch weiterfahren. Schön! Danke, die Moshe. Ente, let's go! Ente, danke! Danke dir, Ente, Ehrimann. Komm, Enrico, mach das Ding zu. Komm, wenn wir das nicht machen. erster zweiter platz das ist geile das ist krank das rennen zu beenden ich habe die sabotage gemacht wie ein meister die selben autos leute ich widme mein sieg stand weil er immer nicht ich sag dir ehrlich muss das einfach ich finde es einfach geil dass armini das rennen wird das ist egal was passiert er wird nie das rennen beenden und das ist für mich ente was soll das ja schon sogar alle ente vor ihnen stopp ihn stark ente ob sie ihn weg das ist ein krass wenn ich noch als zweiter als zweiter das macht oh mein gott er kann das ja machen dass das rennen nicht beendet wird natürlich weiß dass das zweites armini wird das renn nicht wenden das sehen wir noch leute leider sind die krass auf mich gegangen und ganzen die ganzen anderen leute haben gar nichts mehr gemacht das fand ich irgendwie schade ich wollte einzigen auch sabotiert hat aber so passiert ist meine freunde müssen beim nächsten rappe rechner gebe direkt auf start die leute lasst gern like und ein abo da haut rein euer armjahr